Herzlich Willkommen in der Schweiz. Unverhauptnismässig, delete. Kompetenzen von Zimmermann. Ihr Privatleben geht mich etwas an. Und was geht es hier eigentlich? Am Anfang fangen Sie hier an einen Ausweis. Dann haben Sie unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder bekommen Sie den B-Ausweis, also anerkannten Flüchtling, oder Sie bekommen den F-Ausweis. Hier haben Sie dann auch wieder zwei Möglichkeiten. Entweder bekommen Sie den F-Ausweis, vorläufige Ausnahme, also bis Ihren F-Ausweis, also bis in Ihrem Land wieder sicher ist, also safe country, vorläufige Ausnahme, oder Sie bekommen den F-Ausweis anerkannten Flüchtling. Also nicht den F, also anerkannten Flüchtling nicht hier. In der Schweiz garantieren die Grundrechte, dass sie nicht wegen ihrer Herkunft, ihrer Rasse, ihres Geschlechts, ihrer Religion oder wegen ihrer sexuellen Ausrichtung diskriminiert werden dürfen. Fassi! Wer nimmt den Fall? Hallo? Ja, 120, du hast 80, glaube ich. Du kannst ihn reinnehmen. Ich nehme keine neuen Fälle. Die Schweiz. Menschenrecht ist ja eigentlich eins. Musikstunden. Unverhältnismässig. Delete. Spielgruppen. Unverhältnismässig. Delete. Menschenrecht! Menschenrecht! Bitte. Ich bin frei. Ich bin frei. Untertitelung des ZDF, 2020